Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu NLU Folge 8, bin gerade aufgestanden und habe auch gerade festgestellt, dass es die neunte ist, keck weh. Jungens und Mädels, was haben wir gemacht, was ist passiert, wo machen wir weiter? Wenn wir im letzten Völkchen hier ja den komischen Monster Prophet Rake gehabt, beziehungsweise es war in der Folge davor, in der letzten Folge wurden wir dort angegriffen, haben es aber geregeln können, beziehungsweise Neon hat es geregelt. Ich bin ja von dem scheiß Berg runter gejätet, wie so ein Vollidion. Dann sind wir nach Scorchhead Earth, um unseren Upload zu refreshen, wenn wir an dem Abend keine Base mehr bauen wollten. Und ja, da machen wir jetzt weiter, also zumindest was dann danach war. Spaß. Hast du den Honig? Willst du nicht? Okay. Du Schwein! Du musst den Spuren vernichten. Wohin? Moment, ich muss noch, ich lade gerade noch den Rest hoch, bin ich mir in den Fall. Island, ne? Ja, Island ist richtig. Ach doch, Island, ja doch, doch, Island. Ja, richtig tot, Junge, 57 von 70. Übel Downtime, Kekweh. Äh, du hast das Megatherium, ne? Ja, im Upload. Hast du auch Y-1 dabei? Ja. Okay, dann... Aber jetzt halt nur ein Flyer, das ist ein bisschen Tilt. Ja, ich könnte halt den... Naja, ich lade den AG hoch. Ich will den halt, den brauchen wir als Transporter. Ja, jetzt spawnen wir einfach Norden, holen die Norden und fliegen einfach auf Yeet hin, oder sollen wir jetzt noch vorher kontrollieren und so schau'n? Lass auf Yeet, fuck off. Okay. Entweder klappt oder halt nicht. Du spawnst zuerst Norden 1. Diesmal sterbe ich nicht, Alter. Lul. Norden 1. Okay, ich gehe rein. Und... Geht. Ich lebe noch. Lebe noch. Ich habe es überlebt. Ich bin direkt neben zwei Cages gespawnt. Oh, oh. Ich komme. Ja, jetzt bin ich fast unter dir. Ein bisschen noch nach vorne. Yes, hier da, yeah. Okay, let's go. Du bist fickt, du Sau. Ja, aber es reicht. Pass auf, da oben ist jetzt wieder ein Tech-Skiff in dissa Haus. Skeff-Kick. Was? Ein Skeff-Kick? Skiff-Kock. Äh, was? Was ist hier los? Bett. Okay. Genau. Gut. Ich nehme mal hier die One-Times und dann die Four-Times. In der Two-Time, in der Four-Time, in der Three-Time. Loi. Eine Rampe. Okay, und los. Ja, du bist ein bisschen am... Ja, das geht, das geht. Aber das passt. Das geht. Ich mache jeden Tag. Nicht, dass hier irgendwas drin ist. Sieht gut aus. Mütze anziehen. Mütze an. Warte, ich will noch nicht rauswerfen. Nö, nö, passt. Ich habe nur schon mal Mütze angezogen. Und? Ist Viehzeug da? Nein. Äh, doch, doch, doch. Ja? Helf raus. Ja, nice, Ehre. Und jeet. Steigen sie auf und machen sie Shababboom. Muss warten auf Cryo-Shash. Man muss wirklich ein bisschen Gas geben dann, ne? Ja, ich war... Ja, 400 Sekunden wieder bei eigentlich. Und halt erst mal das erste Vieh töten, Junge. Hallo. Ja, wird schon. Und jetzt geht es rein, Junge. Und Miliskillen, Junge. Pumpe, da... Sind die ekelhaften. Habt die gehintet? Da kommen sie. Jetzt geht es los. Rechtsklick, Junge, rechtsklick. Drück. Oh. Level, Level, Melee. Mehr. Uff. Oh, lol. Wie ausrastet, Mann. Erst mal kurz Melee-Skillen. Warte mal. Ah, 7 Level-Ups. Easy. Achtung. Kannst du während... Ja, ja, hau. Ich skill. Nee, während ich... Ja, skill auf Melee, Junge. Dann mach ich. Easy. Die 330 Mili. Das ist eine A-Tow direkt. Ich kann der A-Tow in meinen Kopf schießen. Dann ist sie low. So, mach weg. Schaff ich nicht. Ich glaub, die killt mich. Äh. A-Tow. Oh, wow. Ja, F. Die hat mich getroffen mit ihrem Scheiß. Meine Gasmaske ist kaputt. Ciao. Lauf raus. Ja, ja. Ciao. Wie unlucky. Das Vieh hat halt legit an dir vorbeigerotzt. Pff. Schießt mal eben ab, keck, Fee. Äh. Oh, meine Flak fast komplett kaputt. Fick, Fee, F. Ja. Naja. Das... Ist okay, so. Ich hab schon versucht, dann irgendwie Level-100. Naja, mach. Vielleicht ich das nicht schon bin. Äh, warte mal. 98 jetzt. Fuck. Ich bin jetzt 97. Das ist fein. Also ist jetzt nicht so schlimm. Ähm. Reicht, wenn einer Heavis craften kann. So, bin raus. Muss mir das Ding abziehen. GG. Der sackt mir schon über das Blut. Schon fast Half-Life. Du bist so. Ich bin von der Tür. Ich seh dir nicht. Ach, da. Na komm. Machen ab, die Sau. Ich mach ihn ab. Halt still. Halt still. So. Du bist halt immer noch fett, Alter. Ja, sorry. Flieg mal Stone. Stone. Da, Pete. Voraus. Es hat gel... Wo ist er? Der pickt hier halt die Feiten. Die Sau. Okay, rein. Eee. Kommando runter. Steck ab. Ein Mann, stop. Ich bin weg. Please, Mann. Oh mein Gott, was der alles hat. Skins. Wo ist der andere? Wo ist der Pete? Ich seh ihn nicht. Alter, ich verpisst, Mann. In die Bäume. Ich schwein. Was labert er? Batsch, Gun Batsch, Junge. Was labert er? Keine Ahnung, was er labert. Der ist da weggejoinkt, die Sau, ne? Warte mal. Junge, der hat... Guck mal. Guck, was der hat im Inf. Ach, du Scheiße. Ich glaube, das ist das Kid vom letzten Mal, ey. Aber er hat ein bisschen Metal gehabt. Und einen Revolver. Aber keine Muni. Millionen Skins. Fehlen aber auch viele Bäume, ne? Ja, gucken wir gleich. Ich gehe erst mal Stonehenge gucken. Stonehenge ist safe wieder jemand. Da ist immer jemand. Das ist der umstrittenste Baustbot hier im Süden. Das ist hier unten. Der hat hier... Hä? Das ist ein Gamer. Ist er da? Also mit ihm kommen uns zwei Gamer. Guck mal. Ey, der hat eine Flak an die Sau. Hä, was ist mit ihm? Hello, Gamers. Wenn die schießen, klallst. How are you, man? Haha. How are you guys? Oh mein Gott. Na, fällst du weg? Achso. Das ist nicht. Oh. Oh. Hier, seh es. Yeah. Gefunden auf otto.de. Kekweh. Er will angreifen. Oh nein. Be careful. Soll ich mal losfliegen? Soll ich mal losfliegen? Ja, ja. Ja. Bye. Oh, oh, oh. Miau. Juge, ich finde es geil. Juge, er steht hier unten und sagt Miu. Er sagt Wow. Der eine... Wow. Ey, guck mal, das ist einfach 3 Levels of Gamer. Der eine hat Leder, der andere hat Kloff und der andere Flak. Das ist insane, so. Die werden risen. Ja, lass mal weiterfahren. Soll ich dir den Cryopod schenken? Ja, schenkt den Cryos. Ich schenkt den auch Cryos. Hier, habt Cryos, meine Kinder. Hier, ich gönne Cryos. Jo, wie die alle kommen! Wie Tauben füttern, Junge. Oh, thanks, man. Have fun. Okay, weiter geht's. Warte. Warte. Ich winke noch, Moment. Ich winke, ich winke, ich winke. Da. Hör. Huh. Haha. Junge, aber der eine war auch anders ready mit seinem Bogen, wie er rauskam. Ist nix, F. Ne, da hat nur jemand den Spot secured. Oh, ich bin noch oben geblieben, alles gut. Jetzt haben wir schon vielen Gamern geholfen, weil wir müssen jetzt auch Leute bankrupt. Wir müssen jetzt wieder ein Leben vernichten. Man muss immer so im Ausgleich. Man muss geben vom Arcpocalypse und nehmen. Mit vom Arcpocalypse. Genau. Damit man findet. Was ist das? Moin. XD. Komplett kaputt. Herbivore checken? Ja. Herbivore ist bestimmt jetzt so ein Alpha Tribe. Dazu hier. Hm, ne, hoffen. Noch ein Raft. Die Gamers sind ja alle angekommen, so dass sie über Amerika, wenn sie in British in Schiffen angekommen sind. So we discovered land. Er ist eine, oh, ist Gamer. Yo, der Flak, rein. Kill ihn. Oh, du Blockschwein. Indian Guy. Was haben Indian Guy? Ey, der hat ne Metal. Das ist er. Wallace. Ist das seine Base hier? Er hat nichts. Er kommt wieder an. Lul, das warst du. Der Air Inventail. Aber der hat, Matt, der hat Gunpowder. Yay. Der Arme. Schade. Fuck das. Der hat auch so hoch und runter gesneakt, so von wegen, ob wir friendly sind. Hat er? Aber dann habe ich ihn komplett angespuckt, ja. Oh, der macht hier Sachen. Alter, was ist das denn hier vorne? Ein Bootswettbewerb, wer das schönste Boot baut oder was? Guck mal. Was brennt denn hier? Feuer. Aber guck mal hier. Feuer, danke. Warte mal. Das könnte ein Raft sein hier. Das ist ein Prophet-Raft. Guck mal. Hier brennen noch Öfen. Oh, das ist aber ambitioniert. Pin-coded. Oh, oh. Big Boy Tacos. Oh, du machst aber alles kaputt, ne? Ne, ich mach, ich mach. Da ist Metal drin. Mach einen vorsichtigen Byte. Ich verteile mal das Metal auch in die andere Forge, damit da beide Metal machen. Oh, hier ist was gespawnt. Ich habe es gehört. Da ist er, da ist er. Oh, oh, oh. Hier haben wir einfach den Kopf geschossen, Alter. Sorry. Wir nehmen, wir sind halt noch nicht fertig mit der Nehmung. Ah, das machst du sehr gut. Die sind leer. Der Filigran. Ne, oder? Warte mal. Oder unten drunter. Ne, unten drunter. Five Head. Ah. Oh, geil. Bären. Als ob der Bären mit auf seine Reise nehmen wollte. Als ob der hier so, das ist übelst das Atlas-Raft. Einfach ohne irgendwelche Gebilde drauf. Einfach nur so Crafting-Stations drauf. Ja. Der will ja aber schmelzen. Wir müssen aber Karma-Konto-mäßig jetzt wieder... Ne, das war ich. Wir müssen Karma-Konto-mäßig jetzt wieder was da lassen. Weil das war gemein. Reparier deine Flak jetzt, du Schwein. Sonst mache ich es. Ja, Lull. Wovon? Von 17 Metal oder was? Ja, wie... Kannst du nicht ein Teil reparieren wenigstens? Ja, meine Hose... Meine Schuhe. Ja, guck, geil. Auch schon mal Profil. Langsam Schoschehörnchen. So, ich lasse dem als Entschuldigung... Lass dem als Entschuldigung sein Gunpowder da. Ritterliche Ehre. Ich gebe ihm ein bisschen Betäubungsfeile, so. Äh. Wobei, die brauche ich noch für Crystal-Als. Um Wyverns zu holen, ich nehme die mit. Please spare us and let us be. We are new, Mr. Jumbo. Why? Mr. Jumbo. We can give you all our metal. Mr. Jumbo, Jungs. Dear Mr. Jumbo. Mr. Jumbo. So übelbriest. Ah, fuck. Liegt der da im Gras und beobachtet mich? Ich könnte das mit einem Testschuss herausfinden. Aber dann ist der der... Warte, ich gucke, ich gucke. Ich spähe. Wo ist er? Da vorne. Äh, unter dem Brontokok quasi. Also, ich mache einen Testshot. Ich sehe kein... Nein, nicht schießen. Ich sehe kein Bronto. Wo ist Bronto? Ja, da oben. Und von uns aus gesehen da unten. Siehst du da nicht den Fleck auf der Wiese? Oh. Warte. Alter. Ich glaube, das ist ein Dead Buddy oder er liegt da. Keine Ahnung. Wir gehen gucken. Hier? Ja, ja, das. Der liegt hier. Ist er dead? Nee. Erwischt, du Sau. Oh, eine Tappe. Oh. Jetzt interessiert. Warum ist da Fetch oben drauf? Was ist das denn? Er ist getamed. Von Darknet. Alter, Junge. Ich glitch komplett. Ich bin runtergefallen. Noch? Ja? Ist was? Ah, nee. Die Holz-Vendation. Ey, warum ist denn da? Alter, Junge. Dieser Pete geht mir so auf den Piss. Der drückt mich hier die ganze Zeit rein, Alter. Nee, nee. Warte. Kannst du dich da reingehören? Weitere Play. Kannst du die Wyvern mal wegmoven vielleicht? Ja. Boah, fuck das ab. Holy shit. Weg mit der Wyvern jetzt. Grenzen dich hinten. Ja? Kannst du, Alter, doch vermisst es da eigentlich, ne? Ich weiß nicht. Bring die Wyvern mal bitte weg. Der Pete derft. Ja, das ist der Fick-Pete, der dich die ganze Zeit wegdrückt. Junge, ich hole einen Dodo. Nein. No. Das reicht. Ja, hol jetzt echt einen Dodo, Alter. Ich auch. Die haben wahrscheinlich eh wieder alles draußen gebankert. Die Schweine haben. Ist egal. Eigentlich, ja. Soll ich den auf unsere Seite bringen, oder? Nein, musst du nicht. Obwohl doch. Mach mal. Ich finde, der sollte für uns kämpfen wollen. Ist chilliger. Ja, dann läuft der halt nicht so dumm hin und her. Hier ist halt keiner. Alter. Doch, hier ist einer. Zwei sogar. Big Prophet. Level 15. Am besten hau ich da mit Faust drauf. Ich hab Crossbow drauf, schieß es, der Dad. Okay. Dodo leakt. Okay. Der Dodo ist ready. Ich komme. So, ich bin da. Ich bereite dem Bomben Dodo vor. Warte. Nicht aufs Dach. Warum nicht? Kommt der Piet rausgefloben. Wir können besser rein. Droppt den mal hier ins Wasser. Willst du den preparen? Achtung. Aber red ihm gut zu. Junge, er schwimmt. Ist gut. Achtung, Piet, kommt gleich. Ja, ich bin bereit in Piet weg. Ne, Piet ist nicht gekommen. F-Dodo. Ah, Junge. Alle Schränke wieder aus der Border. Echt? Ja, nix, Alter. Vergiss es. Komplett useless. Dafür stirbt der Piet. Ja, dafür stirbt alles. Alter, ich komme hier nicht rein. Ich hasse es. Geht das Vieh auf? Ja, geil. Geht ich da, Typ? Erstmal desink. Hallo. Warum kann ich das nicht hitten, das Mistvieh? Mistvieh. Auf die Smithvieh kann man zugreifen. Aber da ist halt noch ein bisschen Ammo drin und eine verbesserte Pistole. Aber die ist halt Schrott. Hat er dir was geklaut, die Sau? Naja. Aber hier war eigentlich ein bisschen Metall. Damit kann ich vielleicht noch ein Flak-Piece reparieren. Ja, kann ich wirklich wohl. Eigentlich musst du den für die Scheiße das komplette Raft weg sprengen, ey. Ja. Ist so abfuckt. Warte mal, kann nicht anders. Kann nicht? Kann ich das Bett kaputt kloppen? Jo, ich hau denen das Bett kaputt. Können sie schön wieder hinstimmen. Der kann ja eh nicht spawnen. Der muss eh einen Raft machen. Der hat das vier Stunden, der das Bett dahin festen muss, wo die Smithvieh war. Dann wäre es gut. Warte mal, können wir die Schränke wegkloppen? Naja. Oder? Junge, ich bin eigentlich noch in Range. Au. Pff. Sorry, ey. Ha, reingeheated. Was fuckt so ab, ey? Naja, geht nicht. Kannst vergessen. Das sind vier Schränke mit Big Profit wahrscheinlich. Ja. Naja, gut, Big wird's jetzt nicht sein, aber... Naja, aber... Ach, keine Ahnung. Fuckt halt oft. Bisschen toter Pete. Da sind sie. Da. Wo? Hier. Hier oben. Zu dritt. Die kämpfen hier. Die kämpfen? Wer kämpft? Ja, guck da. Lass zugucken. Die machen Popfight. Oh lol. Lass zugucken. Ja. Steig ab. Einfach gucken. Ja, ja, ich guck. Lass schieren. Mach 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 schieren. Was ist das? Was ist das anfeuern? Jubeln? Ist das jubeln? Jubeln. Jetzt kämpft, ihr Schweine. Fight. Junge, was machen die? Alter, was machen die? Kämpft. Hey, das sind vier. Da ist noch einer aufgewacht. Lol. Lass sie mal abfarben, oder? Weiß nicht. Junge, der eine kämpft gegen Kompis. Junge, was ist das? Der eine versteckt sich hinterm Stein und kämpft mit einem Schwert. Was macht? Nee, was hat der? Warum kommt der halt erstmal zu uns und sagt, help us, help us. Äh, er ist ungefallen. Das ist der S-Plus-Tag-Turret. Lol. Das Metal. Aber der hat nur eine Flak. Guck mal, er da hinten hat kein Stamina mehr. Der wird jetzt von den Kompis gebumst. Also, ob wir den Ebel zu Krieg? Übelster Neighbor, joh. Übelster Neighbor-Shit. Der hat einen Grapple. Was? Wurde mich gerade grappeln oder so. Du hast gerade mal in Richtung geflogen. Der Kek. Die Sau. Der ist hier. Krieg hier nicht gepickt. Was tankt der? Wie gut du bist. Der hat fünf Hits drin. Hast du einen Shot abbekommen? Nee. Ist einer, der hat mit Longneck geschossen. Ob ihn? Ich habe keinen. Der hat eine Longneck oder was? Glaube ich. Der hat sich in diesen Büsch gelegt und abgeschossen, glaube ich. Der hatte irgendeine Waffe in der Hand, oder? Der hat ein bisschen Metal in den Longneck. Hat er denn nicht? Junge, was war denn mit ihm einfach? Junge, der hat mit AP. Hä? 480 AP mit 2p. Mein Wichs. Mit 2p. Junge, das ist Judas. Er hat einfach komplett. Junge, verpisst euch die Scheißkompis. Er hat einfach komplett. Er wollte nicht sterben. Junge, das ist aber Judas. Junge, du stehst auch noch dahinter und sagst, hättest du den jetzt auch mal? Er tankt mich einfach. Es reicht. Nice. Ich bin done. Jetzt. Nice. Perfekt. Nee, Mist. Es fehlt irgendwie noch. Es fehlt Leder, oder? Kleber oder Leder? Nee, nee, gar nichts. Es war einfach nur, ging mal wieder nicht, weil es dumm ist, das Game. Wie lost das gerade war. Dieser Popf. Hier ist wieder einer reingekommen. Was will er denn jetzt hier? Zeig mal, wo. Guck mal, guck mal. Komm mal rein. Und jetzt. Die Fick, nein, die Fick der ist. Guck mal, seine Oberschenkel. Guck mal, die Oberschenkel. Oh, guck mal, den Ass. Alter. Die Sau. Ja, nice Shotgun, wo die Waste aber auf jeden Fall sympathisch. Aber war witzig, hat Spaß gemacht. Man konnte lachen. Alter. So, ich bin full repaired. Hä? Ist das eine Metal-Door? Wo ist eine Metal-Door? Ist das echt eine Metal-Door von Neo? Nicht geradet. Hä? What the fuck? Hör ich auf. Ja, mach. Oh, Meister. Aha. Oh. Zähn. Äh, loi. Hä? Hä? Kleber und Gumpopfer, Junge. Was ist das denn? Hä? Ah, Junge, ich weck das nicht, Alter. Wir sind hier mitten im Bob-Süd und der hat sich so einen Scheiß gebungen. Alter, wie viele Tranks hatten der schon wieder, Junge. Keine Ahnung mehr. Liegt da irgendwo der Gamer? Übelst die Flux-Heads. Was ist das denn? Hä, warte mal. War Neo einer von denen, die da gekämpft haben und der hat das einfach da hingeschleppt, das Zeug? Wir haben keinen Neo getötet. Okay. Negativ. Das ist aber von... Der hat übel viele... So Skaft-Flux-Sets. Hä? Ja, I don't understand, Alter. Jetzt müssen wir nochmal einen Timer abwarten. Das ist auch eine Tour-Base. Ja, ich sehe, das ist kein Problem mit dem Timer. Warte, ey, nimm mich mit, du Sack. Hier ist doch eine Tour-Base. Ja, die machen wir jetzt auf. Gemeinsam. Und haben Spaß. Indische auf... Äh, da... War das ein Gamer auf dem Raptor? Ja. Ne, nicht Raptor, das war ein Baryonyx. Ne, hä? Hä? Äh... Irgendwas gesehen? Oder ich habe einfach nur Halluzinationen. Bei mir ist... Ich glaube, das war ein paar Saus, der einfach durchgeschorscht ist. Keine Ahnung, ich hätte schwören können, ich hätte einen Player auf dem Raptor gesehen. Aber... Ich habe einen Player auf dem Baryonyx gesehen. Aber... Wenn man nicht so... Heidegger zu, äh, 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 äh. Haha...